man liegen zwei merkt er nicht ist der blöd im kopf wird er nicht weil sie nicht immer darin ist schnell 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 aber nur so gut wie natürlich jetzt gar nicht ich hatte gehofft sie mich trotzdem nicht aber aber moment mache ich aber nicht vielen dank das war jetzt bisschen ekelig aber nicht so schwierig heilungszeug nutze ich aktuell relativ auf tatsächlich mir fehlt ein bisschen geduld jetzt nicht mehr anzuschleichen noch die notwendigkeit vor allem meine geht ja hier an sie doch ganz gut ohne ja gut ohne habe es nicht gemacht aber größtenteils ohne halb die neutralisierung von kraft sie ist allein in der kirche geblieben darin herrschte chaos aber ist jetzt schon dabei den oder oder wie genießt mit aufgleich danke ein typ mit einer schatulle kann nicht sehr schnell rennen ok haben nicht gefunden weil keiner weiß wo er ist wenn ich bei den geduldet ab die 3 immer noch nicht unglaublich sie ist verdammt gut das muss man sagen ja keiner wischte von das nicht einfach drauf aber irgendwie ist gar nicht gestorben davon das wird ihr wohl erleben da bitte mir ist einer kann sein kann gut sein ich will aber nicht aufgeben aber meine ja genau hinter mir aha ich wollte mich noch hin drehen aber irgendwie war ich habe ich ignoriert ich weiß auch nicht wieso natürlich aber es ist kraft es gab wichtiger ist um das wir uns sorgen machen muss ja was denn sagt sagt ist verdammter auch wunderbar wieso ist jetzt nicht mehr moment diesmal hole ich aber die schwere katervalerie raus oder was genau na 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 da sind nämlich in ruhe bitte noch einer ich hab dich komm ich weiß du liebst noch er humpelt aber erlebt der reich bin und pistole für dich mein freund einfach durchlaufen ballern 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 hat den kopf unten bin unterwegs sagt 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 gibt mir eure munition und euer geld und was ihr so habt das ist toll toll die lacken molly rum ich kann nicht mehr tragen toll oder auch nicht so also hier beraten genau das hier zum laufklettern gemacht war okay das war jetzt komisch ich glaube dass da wusste was zum klettern und keine ahnung was irgendwas obwohl ich ich darüber also okay so alles klar doch nix zum aktivieren einfach nur rüber die hat den commander gehört weit man sei ja das braucht ihr auch ich hatte dich in sibirien töten sollen aber dominges war dagegen schleich kann automatisch geprägt ich mache gar nichts jetzt kann ich wohl ich habe leider keine triple kill kette ich glaube ich hätte eine auswählen können wir erst drei gestorben aber ich weiß dass du da bist ist halt nicht ich hätte dich in sibirien töten sollen aber das war dagegen meine schuld aber den fehler korrigiere ich was aber heilung 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 nicht gesagt bitte halt sie sich denn nicht ist sie nicht ach mist vielleicht soll ich nicht davon diese beiden typen losstürmen sondern noch anderes machen das bietet sich so an einfach waffe wechseln heilung deckung was auch voll was bringen wird hier natürlich heilung kann ich auch also tatsächlich diese deckung bringt nichts ich habe trotzdem schaden genommen aber so soll es ja auch eigentlich sein dass er krass ist anders wäre bei dieser holz fassade aber was zum teufel ich hätte dich in sibirien töten sollen aber dominguez war dagegen so aber den fehler korrigiere ich jetzt mal peu a peu hier wo bist du ich jetzt gefällt mir nicht macht nichts mir gefällt es auch nicht kann ich jedem gefallen also doch lieber nacheinander statt alles auf einmal jamison haha jonathan james 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 اف da ist noch einer sicherlich hier alles klar ich sehe vier leute 25 ach du kann kein wunder sich eben nur gestorben bin wenn man darüber nachdenkt dafür habe ich nicht gana saison der hitze und dem hohen gras blub habe ich aber nicht gesehen kann ja fast zum teufel die können nämlich dann sehen ich hatte bloß ein fall aus der büschung gestoßen ich kann nicht mehr tragen da packt noch ein alter wir haben ja davon ja bitte dies voll weg macht sie gar nicht hörnig auf den hat gelogen aber warum aber bloß den guten stand dann passiert das schon mit dem töten ganz schnell dass noch einer noch zwei alter riesige armee hier sagt sind einst habe ich dann auch noch glaube ich großer weg von mir aber aber einfach ins zeug schießen passt schon so leute von heute und gestern und übermorgen wo ist jonah na doch hier so dahin kommen such 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 ich suche einen weg lalala der mich hinbringt ach so treppe eigentlich voll offen sich schnitt ach du kacke und jetzt voll beladen mit tollen sachen mein leben schwerer machen wir kein sound naja wie viel denn noch und bin ich eine einzige person und ich mache die kaputt wie nichts gutes bisschen peinlich für euch kann man sagen so erwischt chyba sia ich muss weg hatWinds mit der explosiv ladung daneben uh ist natürlich ich muss mir nur heilen nebenbei und ist jedoch neudah wusst er das ich erst hatte zu viele wir können scharft schützengewehr so solche sachen wer war geiler irgendwie kann man ja dann mit nehmen doch mal ich schicke es passiert nichts ich muss wieder weg war jetzt geil wäre natürlich so ein hypnose pfeil dazu ein was machst du denn da nicht so weit laufen nein nicht so weit ich will die deckung bloß das war ich aber nicht moment nee das wollte ich nicht haben die wechsle ich dir noch mal ein arm nicht den fall wechselt egal geht doch anders sonst mensch leute darf ich doch mal in ruhe ach du bist im heli ja mensch top sache würde ich sagen dann komme ich gleich mal lang jetzt muss ich nicht nur noch einsetze aber ist mir das völlig abhanden gekommen das wissen warum hätte gerade natürlich viel gebracht denke ich mal aber wieder jonas geschafft was zu erreichen ich bin ja begeistert ich bin ja begeistert alles bestens irgendwie ist ja blind ich schieß schon ja bitte was zum teufel sollte das wäre ich du wärst gut gegangen wir kommen nicht weit los wir schaffen das wo kommt sie überhaupt auf einmal her dann war das blöd ja blöd kann ich so schnell rennen dass ich dir wasser entkomme ich glaube auch durch ob lang müde er geht es mir gerade anscheinend oben und unten stelle ich nicht schneller trotz wenn die kicken ich bin ich glaube ich traue mich nicht ja hatte ich doch vor über die idee gewesen sprengen tschüss leute jetzt übertreibt ihr aber und das sonne ist weg sound die passant mit dem tod sound ja ich war ich schon sagte nicht da waren ich wäre nicht gestorben fange ich von vorne an jetzt von der stelle genau sehr schön sprung nein ich hätte daran dass wir dort haben wie viele menschen ich rumsterben dabei und ich nichts machen kann um den zu helfen das wird auch wieder in ihrem gewissen nagen da kommt geht doch auch bisher fähig und stromleitung anzufassen so indirekt ja habe ich gesehen tut mir weil es ist ein bisschen spaß was sie macht aber natürlich auch gefährlich also aber zuhause nicht nachmachen liebe kinder das könnte schnell schief gehen ich habe sprung das gedrückt aber das war jetzt nicht so dramatisch bis hierher es wird sich wiederholen lassen aber nein das gibt es doch nicht man muss jedoch ein bisschen präziser wieder arbeiten was ich ja eigentlich immer lobe aber gerade nervig finde man ist auch nicht zufrieden ist ja egal was man macht aber knapp geschafft batman action like ich bin so super gut ich bin ja auch voller mut und so toll ich bin ja jetzt überlebt weil da war ja auch alles bei ihm logischerweise dann erdbeben mäßig und so unterwegs und alter falter ich ich ec ich